Und... OOOH BASKEL Herr Gordon Hinter mir war noch AAAAAAAH Ja, hi und herzlich willkommen zu einer Runde Rage Mode auf dem GOMMHT.NET Server Rrrrrr Rrrr Und naja, ich mach das ganz ehrlich nur, weil ich grad voll Bock auf Rage Mode hab Und ich gehe nicht in Magna Village Ich gehe in... Reject Will mir jemand nachjoinen? Vielleicht? Oh ja, viele Menschen joinen mir nach, find ich gut Und ich höre wieder leise Musik, weil ich habe feststellen dürfen, dass in meiner letzten Aufnahme ich wahrscheinlich so laut über Kopfhörermusik gehört hab, dass hier schön Copyright Sounds klein bisschen zu hören sind Also ihr werdet sie nicht hören Aber ich hab sie gehört in der Aufnahme, weil ich weiß, dass sie da sind Aber ich mach noch andere Musik drüber und dann hört der schon nicht mehr Und dann mach ich noch einen D-Hishar oder sowas Und dann... Sind das alle Spieler? Oder konnten da nicht nochmal mehr rein irgendwann? Was ich richtig cool finde, ist, was sie bei Gomme ja jetzt eingeführt haben Schon seit längerem, aber mir ist das erst neulich aufgefallen Oder so richtig aufgefallen Ich wusste schon, dass es da ist, aber ich hab's nie bemerkt Ähm, ist... Das mal wenn man bei Quick Survival Games Also wenn das Mindest... Die Mindestanzahl an Spielern quasi erreicht ist Oh nein, ach so gut Wenn die erreicht ist, dass das Spiel dann direkt Also wir sagen mal angenommen, das Spiel brauchen noch 60 Sekunden Und es joint der letzte Spieler, weil das Spiel ist voll Dass er dann quasi direkt anfängt Also nach 10 Sekunden dann direkt wird gesprungen von Sagen wir 50 Sekunden nach Preise 10 Das finde ich richtig cool, sollten wir Redspot auch mal einführen Wobei das ging jetzt ja irgendwie ziemlich schnell dann doch Ja nun denn... Lasst mich in Frieden meine Theorien preisgeben Ja super, jetzt haben wir uns gegenseitig getomahackt Hackt Aber das war ganz gut, weil ich hab ihn danach getomahackt Das heißt, er hat Punkte abgezogen, bekomm ich nicht Vielleicht irgendwie so Vielleicht, maybe, 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 maybe Treff ich den jetzt auch nochmal? Treff ich... Dankeschön Dankeschön, Dankeschön, das ist ja freundlich Freundlich, jojo, freundlich Nein, ich mach keinen Asiat nach, das tut mir leid Das tut mir wirklich leid, ich hab ja nichts gegen niemanden Und... Oh, Baskel... Baskel am Stizzle Beim Stizzle to the Mizzle Rizzle Och, lauf doch nicht weg Got you Genau Wuhu Oh, jetzt kämp doch nicht Ich lauf doch schon, was soll ich denn... Ich lauf jetzt einfach hier hoch Nun denn, wenigstens wurde ich nicht gehackt Komm ich auch noch raus? Ja, Dankeschön Wenigstens wurde ich nicht getomahackt Hier ist keiner Es sind irgendwie wenig Spieler Kommt mir jedenfalls so vor Ach, hab ich mit dem Timer überhaupt gest... Ja, ich muss ja auch noch starten, den Timer Ich hatte mir so ein Limit gesetzt, aber wohl, brauche ich ja gar nicht den Timer starten Aber ansonsten quasi immer noch so viel Müll drum herum Hab ich dich ge... Got you Ich hab dich gekriegt Da hab ich dich nicht gekriegt So, aber hier laufen die mal hier lang lieber Und dann laufen wir hier hoch, hier hoch, hier hoch Können wir ein Messer, können wir ein Messer, können wir ein Messer Ist er nicht mehr hier, ist er nicht mehr hier? Nein, er ist nicht mehr hier Aber er killte mich, ist ja gut Ja klar Oh mein Kleine Pimmelwacke, Alter So, ihn da oben, weil ich jetzt aber... Ich hab mir nicht wenigstens... Ja, zweiter, wo ich richtig schlecht bin War das dann ungefähr der Erste vielleicht? Ja, sehr gut Jetzt war kriecht er sich da oben die Pille Oh, schlecht Oh, ich hab's grad nicht mehr drauf irgendwie Aber... Ich will dich trotzdem gotten Indem ich von unten komme? Nein, ich lauf jetzt einfach hier so lang Schieß da nochmal rein Lauf hier so lang Lauf hier so lang Die gotten mich, die gotten mich Scheiße, war das ein schlechtes Denglisch Wobei Denglisch nicht mehr schlecht sein kann Aber hey Ist schon okay Ist schon okay Ich bin's nur, ich darf sowas Okay, vielleicht darf ich's nicht, aber ich will's trotzdem dürfen Danke schön Die Aue habe ich ihn oft anklicken müssen Oh, nein! Ups, das ist vielleicht auch immer die... Ah! Mann! Ich weiß schon, was ein Beispiel Rage Mode heißt Ich rage immer richtig Wenn andere das nicht tun, dann ist es sicher falsch Spaß! Oh Gott, war das dumm! Ich hätte mich bewegen müssen! Hey Dude! Sneakst du jetzt da oben? Oh, das wäre richtig billig! Nein! Tschüss! Das war knapp Habe ich ihn wenigstens... Yes! I did it! Habe ich mich gerade selbst? Nein! Hä? Aber ich habe den... Oh! Gehen wir nicht auf den Piss, Kollege! Bin ich jetzt wenigstens... Ja, aber nicht mit... Hallo! Oh Mann! Ich kann doch nicht sein ohne Witz! Erstens meine Tastatur zum Arsch und ich habe dadurch ein kleines Handicap Okay, alles nur Ausrede, aber hey! Und zweitens, warum warten die denn? Das ist doch nicht... Es ist doch nicht Sinn des Spiels zu warten darauf! Er ist gut hier! Er ist cool! Er ist cool! Aber ich spame ihn jetzt trotzdem zu! Okay, er ist doch nicht so cool! Was ich richtig schade finde, was sie mal nicht machen sollen ist... Dass man jetzt durch Explosionen sterben kann! Tschüss! Was war das denn gerade? Voll der Boost, wenn man so möchte! Ey, es kann doch nicht sein jetzt! Ich wollte eine richtig entspannte Runde machen! Und was wurde aus der... Nichts wurde aus der... Ganz ehrlich, ich camp jetzt hier und töte ihn! Ist ja auch nie Sinn des Spiels oder so! Oh Gott, was ich auch festgestellt habe, ich darf nicht so viel grunzen! Ich glaube, das kann man sogar grunzen nennen! Ich grunzen in den Aufnahmen immer so ein bisschen! Und das hört man durch das neue Mikro so richtig extrem! Das ist... Ganz interessant! Oh Gott, wo läuft der denn lang? Ach, der läuft da außen lang! Dann kommt er gleich da hoch! Gord him! Nein, dich Gord ich nicht! Aber es lebt! Ich habe das Gefühl, es sind wieder richtig viele geläftet! Habe ich erster? Ja, wenigstens mit ein paar Punkten Abstand! Wenigstens ein positiver Teil! Posi... Posi... Nicht posi, sondern positiver! Gord him! Schön! Schön da oben auch, Gordon! Habe ich jetzt gerne? Nee, habe ich nicht gekriegt! Das war ein Arschloch! Komm her jetzt! Das ist jetzt böse! Nee, das mache ich jetzt nicht! Ich wollte jetzt nicht, bis er da rauskommt, wenn ich ihn einfach abboxen kann! Das wäre mir ein bisschen zu einfach! Er läuft jetzt nicht wirklich außen rum, oder? Wo ist er? Habe ich ihn... Ach, 5-Watt-Gestrick! Wenigstens das! Wenigstens das! Gott, jetzt sei mal nicht so behindert, Jonas! Dankeschön! Und... GG! Gut, das war eine... Ja, ganz passable Runde! Wir hängen da noch eine hinten dran, würde ich so spontan mal behaupten! Weil das... Ja, irgendwie... Also... Hat mir nicht gefallen! Gegen den Platzer! Und habe das hoffentlich besser! Was sind so viele Menschen drin? Der Doktor HD! Jojo! Ich glaube auch! Ähm... Na gut! Ich... Oh Gott! Ich hoffe... Also mein Mikro ist vielleicht gut, aber dadurch, dass ich hier überall... Also mein Zimmer ist nicht fürs Aufnehmen gedacht! Erstens, halt, ist extrem! Zweitens, habe ich so einen Stuhl, der knackt bis und geht nicht mehr so sehr! So ein Thron! So ein richtig alter Thronstuhl, wenn man so will! Und... Äh... Der ist nicht dafür gemacht! Ich habe Dragonfighter gekilled! Killed! Aber stimmt, man! Ähm... Ich werde jetzt nicht hier campen! Aber hier sind wieder nur so wenig Leute drin! Ne, hier sind ein paar... Jo, haben die alle langen Namen! Ah ja, man kann ja seinen Namen ändern, das muss ich mal machen! Allerdings habe ich das Problem, dass ich Minecraft mittlerweile schon so lange habe... Also was heißt das... Das soll jetzt nicht prallerisch sein oder so, aber ich habe den Mojang-Account einfach auch schon so lange... Dass es auf meiner allerersten E-Mail lief! Die ich aber, sobald ich irgendwie aktiver wurde im Internet, habe ich die abgelegt und eine eigene aufgemacht, weil die auch über den Account meiner Eltern lief! Und das hat mich ein bisschen aufgeregt! Wenn du mich... Spam doch nicht! Digga, das ist doch nicht der Sinn! Es spielt einfach nur zu spammen! Dann kannst du doch... Keine Ahnung... WoW-Spielen gehen! Was? Was erzähle ich da? Ähm... Das wird gelogen! Ähm... Digga! Okay! Also wo war ich eigentlich? Das lief über meinen alten Mail-Account! Und ich weiß nicht, ob der noch aktiv ist! Der läuft wie gesagt über die Mail meiner Eltern! Und äh... Deswegen... Weiß ich nicht mal, ob der existiert! Erstens das und zweitens müsste ich das ja alles dann connecten mit meinen Eltern! Und wenn dann keiner Zeit hat, dann vergesse ich das und dann ne! Deswegen ist das so ein Aufwand! Wäre das über meine... Was heißt neue Mail? Neue Mail ist das ja gar nicht! Ist ja bei meinem aktuellen Mail-Adresse! Hallo! Tut mir leid, wenn ich nicht mit... Hab ich nicht! Sehr schön! Aber bin ich auch Erster? Digga! Ich hab 80 Punkte! Das ist übertrieben wenig! Kommt er raus? Hallo! Gott! Dammit! Wenn du mich gekillt hättest, dann hätte ich so ein Ausraster gekriegt! Das glaubst du gar nicht! I got him! Hinter mir war noch... Aaaaah! Upsala! Ich raste jetzt nicht aus! Verdammt! Da axtet er mich auch noch! Der kleine... Pimmel! Ah! Wieso hab ich nicht getroffen? Oh! Das regt mich richtig auf! Aber gar nicht, weil ich... Weil... Weil... Ich hab mich nicht um... Ich wusste, er ist da! Hab's aber nicht auf die Reihe gekriegt, mich umzudrehen! Das... So eine... A-A-Wurst! Ich hoffe gleich... Bestimmt kommen gleich einer meiner Eltern-Teile rein! Jonas, du sollst nicht so schreien! Ja, aber das ist gut! Mach ich nicht mehr Absicht! Ich werde gezwungen zum Schreien! Kann ich ihn da hinten abschießen irgendwie? Oder... Hat er das Spiegel geläuft? Ah ne! Doch nicht! Ich hab ihn mal gekillt! Boah! Da war doch gar keiner! Doch da ist jemand! Bin ich jetzt wenigstens wieder Erster? Oh ja! Aber nur mit 5 Punkten! Das heißt... Ich muss jetzt den Punkt machen hier! I got him! That would mean... Dass er... Yo! Wo hat er plötzlich... Oho! Ohne Witz! Das war ja das Schlechteste, was ich je gesehen hab! Er wartet extra! Okay, jetzt hat er mich mit Explosionen gekillt! Aber er hat mich nicht mehr so gekillt! Aber... Das war ja richtig bitter! Okay, der kriegt... Der kriegt einen Tomahawk! Hoffentlich schaff ich das! Okay! Ach, das ist mein Kollege hier! Oh, Kollege, es tut mir jetzt auch ein bisschen leid! Nicht! Geh weg! Aber ich muss einem Thresh eigentlich Tomahawk nehmen! Und ich hab nur noch... Okay, jetzt haben wir uns eigentlich genug, um noch zu gewinnen! Ähm... Ähm... Ich komm dauernd vom Faden ab! Jetzt hab ich keine Ahnung mehr, worüber ich vorher geredet hab! Hm... Schade! Hallo! Mach mal keine Kürze! Kommt doch alle jetzt mal her einfach! Was haltet ihr davon? Oh, da kommt einer! Aber den mach ich nicht so doof tot wie ich... Alle anderen! Nein! Das ist doch nicht dein Ernst jetzt, oder? Ich hab kein Skin, komisch! Jetzt bin ich! Jetzt bin ich dritter! Ich wollte erster werden! Hallo! Das war ein Move! Das war jemand, der auf mich geschossen hat! Wo? Wo? Wo?! 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 Mann! Ich werd ganz himmelig! Ok, Gordon! Uh, dass ich mich selber abschieße! Erster! He! Ich muss einen Kill machen! Ich muss einen Kill machen! Ich muss einen Kill machen! Bitte gib mir einen Kill! Ich muss einen Kill... Nein, er ist bestimmt... Nein, wir sind immer noch gleich. Ja, man. Got it. Aber nur 25 Punkte. Verdammt. Da ist jemand. Scheiß Camper, Digga. Stop camping. Stop playing. Was hältst du mal davon? Hab ich wenigstens aufgekillt. I'm fresh. Kein Wunder, dass du erster bist. Mich durch die Weltgeschichte capen kann ich nämlich auch. Chillt er seine Base da und tut nichts. Ja, aber er hat wenigstens anständig gespielt. Ich hab jetzt auch ein bisschen gewartet. I'm fresh. Wer will was von ihm? Aber ich hab gewonnen. GG. Aber das war mega knapp. Okay, war scheinbar dann doch nicht mehr. Gut, meine Freunde. Was? Hexband. Ja, ihr habt ja gesehen, dass ich keine Hacks hab. Ähm, 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 ähm. Jetzt muss... Also ihr habt ja gesehen, dass ich keine Hacks hab. Ihr könnt ja diesen, wenn der irgendwann mal... Wenn der irgendeinen YouTube-Kanal haben sollte, könnt ihr ihm das ja mal sagen und auf mich verweisen. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugesehen habt. Achso, für die Leute, die es nicht gepeilt haben, ich heiße Megis18 im Ingame. Weil er Megis geschrieben hat. Also deswegen hab ich mir angesprochen gefühlt. Und deswegen kam ich auch auf das Name ändern zurück. Nun gut. Danke, dass ihr bis hierhin zugesehen habt. Lasst gerne eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und damit würde ich sagen, dieses doch jetzt längere Video ist zu Ende. Und Hans und Ryan, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.